Ist die Euro-Krise schon vorbei? Ist der Euro gerettet? Viele haben den Eindruck, die dunklen Wolken am Firmament haben sich verzogen. Aber ist das tatsächlich so? Vor einem Jahr habe ich gesprochen mit Professor Hans-Werner Sinn hier in München, den ich sehr herzlich begrüße. Wir wollen über dieses Jahr sprechen. Ist die Euro-Krise vorbei oder was kommt da noch auf Europa zu? Gerne, können wir machen. Wir sehen, wo stehen wir ein Jahr danach? Wir haben uns vor einem Jahr unterhalten. Wir sind hier in der Antikensammlung in München. Das sind Zeugen einer großen griechischen Zeit, einer Hochkultur. Wir haben auch über Griechenland vor einem Jahr gesprochen. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, lange währt es nicht mehr mit Griechenland im Euro. Wir sind immer noch drin. Samaras, der Staatspräsident, hat erklärt, es geht aufwärts. Wir werden in ein paar Jahren wieder eine gesunde Staatsfinanz haben. Ist das jetzt nur mein Eindruck, dass da alles im Augenblick in ruhigen Gewässern ist? Oder ist das ein falscher Eindruck? Dass Griechenland gesunde Staatsfinanzen haben wird, das haben wir jetzt schon fünf Jahre lang jedes Jahr hintereinander gehört, ohne dass es jemals gestimmt hat. Griechenland steht kurz vor einem weiteren Schuldenschnitt, weil die Lasten dieses Landes so immens sind, dass es gar nicht in der Lage ist, die zu tragen. Also man hat das jetzt hinausgeschoben, damit das nicht vor der Wahl passiert. Aber das wird uns jetzt im Herbst oder Winter blühen. Es geht ja nicht nur um Griechenland, sondern auch um eine Reihe anderer Länder. Wir haben in diesem Jahr ein großes Problem mit Zypern gehabt. Und in Zypern sind Dinge passiert, die auch einen ganz grundsätzlichen Wandel zeigen, wie Staaten mit den Konten ihrer Bürger umgehen. Sprechen wir mal über die Zypern-Zäsur. Manche sagen, da ist etwas passiert, was den Menschen noch gar nicht in Europa so richtig klar geworden ist. Da hat nämlich der Staat direkt auf die Konten der Bürger zugegriffen. Haben wir tatsächlich in diesem Jahr eine neue, komplett neue Qualität erlebt? Ja, wir haben ja jetzt Kapitalverkehrskontrollen mit Zypern. Die Leute können ihre Bankkonten auch nicht abräumen, wie sie es möchten, sondern es ist kontingentiert. Es gibt jetzt zwei Euros in der Eurozone. Einen zyprischen Euro und den anderen Euro. Weil den zyprischen Euro, wenn man den hat, den kann man ja nicht in den anderen umtauschen. Da gibt es ja die Kapitalverkehrskontrollen. Und gut, wer war der Bösewicht? War es der Staat? Nein, es war nicht der Staat, sondern die zyprischen Banken haben sich halt total verspekuliert und sind pleite. Diese Pleite wurde noch ein Jahr verzögert, im letzten Jahr nämlich. Man hat sehr viel Geld gedruckt in Zypern bei der dortigen Zentralbank, hat das an die Banken verliehen. Und mit diesem Geld wurden dann die großen Gläubiger noch ausbezahlt, der Banken. Russische Oligarchen, griechische Investoren. Und im Grunde war das eine Art von Konkursverschleppung mit öffentlichen Geldern der Europäischen Zentralbank. Irgendwann wurde es der Zentralbank dann zu Bund und hat gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr weiter. Und das war dann der Konkurs der Banken in Zypern. Haben wir denn damit eine neue Qualität im Umgang der Staaten mit dem Geld ihrer Bürger? Insofern eine neue Qualität als jetzt zum Glück, muss man sagen, die Staaten nicht voll eingesprungen sind für die Verluste der Banken, sondern tatsächlich auch die Verluste, die da sind, bei denjenigen liegen, die ihr Geld in diese Banken getragen haben. Man muss ja bedenken, wer ein Bankkonto bei einer zyprischen Bank hielt, der kriegte ja fantastische Zinsen von 4, 5, 6 Prozent im Vergleich zu dem, was anderswo gezahlt wird, nämlich fast nichts. Und dieser große Zinsaufschlag war eine Risikoprämie. Man wusste ja, wenn man das Geld in Zypern hält, dass das nicht sicher ist. Im Übrigen geht es hier nicht nur um Bankkonten, sondern es geht um andere Schuldverschreibungen, die die Banken ausgegeben haben, um sich Geld zu besorgen. Die russischen Investoren, die ihr Geld dahin gelegt haben, haben ja nicht das auf Bankkonten nur gehalten, sondern andere Titel gegenüber der Bank gehabt. Und es ist nicht einzusehen, dass nun die Steuerzahler der noch gesunden Länder Europas dafür aufkommen, diese Investoren abzusichern. Sie haben vor einem Jahr gesagt, wenn diese Schuldenspirale sich weiter dreht, dann wird es Länder geben, die wir im Euro nicht mehr halten können. Ist diese Schuldenspirale weitergegangen? Sind wir noch höher verschuldet als vor einem Jahr? Und welche Konsequenzen stehen da im Grunde an? Ja, ja, das geht natürlich weiter. Die öffentlichen Kredite nehmen zu. Allerdings hat doch eines stattgefunden, was also scheinbar zu einer Beruhigung beiträgt. Es hat eine Umschuldung stattgefunden. Erst einmal ist die Europäische Zentralbank mit Riesenkrediten in Vorleistung gegangen. Das war während der ersten Jahre der Krise, indem sie diesen Ländern erlaubt hat, sich die Mittel, die sie am Kapitalmarkt nicht mehr leihen konnten, zu drucken. Also man hat sich das Geld gedruckt, hat das verliehen an die Banken. Die Banken haben das weiter verliehen, an die private Wirtschaft als Ersatz für die Kredite, die normalerweise über die Kapitalmärkte kamen. Mittlerweile ist die Europäische Zentralbank selber zum Teil des Problems geworden. Sie hat in der Spitze für die sechs Krisenländer 1.000 Milliarden Euro zusätzliche Kredite gegeben, über das Normalmaß hinaus, was für die Liquiditätsversorgung üblich ist. Und das bedeutet, dass wenn die Banken Südeuropas pleite gehen, dann ist auch die Europäische Zentralbank pleite, weil ihre Forderungen nicht einbringbar sind. Das ganze Europäische Zentralbankensystem hat nur 500 Milliarden Eigenkapital. Die Verluste für die Banken könnten leicht diese Größenordnung erreichen. Die Schätzungen liegen bei 650 Milliarden und trifft das nicht alles nur die EZB. Aber auf jeden Fall sehen wir, dass die EZB selbst zum Teil des Problems geworden ist. Und was wir jetzt haben, eine Phase, wo die öffentlichen Rettungsschirme seit 2010 dazu dienen, die Gläubiger der Banken und insbesondere auch die EZB selber zu retten. Und da sehe ich ein gewisses Problem für unsere Demokratie, weil die Parlamente Europas, die über diese Rettungsschirme abstimmen, ja im Grunde keine Alternativen mehr haben. Frau Merkel hat das ja zu Recht gesagt. Die Situation ist alternativlos. Man muss jetzt den Geldbeutel aufmachen, weil wenn man das nicht macht, dann hat die EZB ein Problem und ist pleite. Also ergibt sich eine Fahrtabhängigkeit der Politik. Vor Jahren, zu Beginn der Krise, öffnet also der Zentralbankrat mit der Mehrheit der südlichen Länder, die da nun mal besteht, den Weg, sich das Geld zu drucken und an die Banken zu verleihen in diesen Ländern, dann ist die EZB im Risiko und dann muss die EZB gerettet werden von den Parlamenten. Die Parlamente haben zwar scheinbar die Entscheidungsmöglichkeit, aber faktisch sind die Entscheidungen alle vorher schon getroffen. Umgekehrt muss man aber sagen, hätte EZB-Chef Draghi vor einem Jahr nicht gesagt, ich bin bereit, aufzukaufen, ich bin bereit, Geld zu drucken, dann wäre wahrscheinlich sehr viel früher ein Kollaps eingetreten. Ja, vielleicht, es gibt hier zwei verschiedene Dinge. Die eine Sache ist das, was Draghi im letzten Sommer gesagt hat, nämlich mit dem OMT-Programm, Investoren aller Welt, habt keine Sorge, wenn ihr nach Südeuropa geht und die Staatspapiere kauft, bevor ein Staat pleite geht, kaufe ich sie euch ab. Das hat die Märkte sichtbar beruhigt, aber es bedeutet natürlich, wenn die Abschreibungsverluste dann eintreten, dass sie in der Bilanz der EZB liegen und das wiederum heißt, dass die EZB ihre Gewinnausschüttungen an die Finanzministerien der Eurozone reduzieren muss und das wiederum heißt, dass die Steuerzahler Europas die Zeche zahlen. Das ist das, was vor einem Jahr gewesen ist und was die Märkte signifikant beruhigt hat. Aber der viel größere Posten bislang, von wirklichem Geld, das geflossen ist, das ist das Geld aus der Druckerpresse. Man hat im Süden es den Notenbanken erlaubt, den Kapitalmarkt zu ersetzen mit der Notenpresse. Und das hat man getan, indem man die Sicherheitsanforderungen für die Kredite, für die Pfänder, die die Banken ihren Notenbanken geben müssen, im Austausch für Kredite, die sie selber bekommen, laufend abgesenkt hat, dramatisch abgesenkt hat. Und das ist ja auch der Grund, weshalb Jens Weidmann, der Präsident der Deutschen Bundesbank, einen gehanischten Brief vor einem Jahr geschrieben hatte an die EZB, dass das so nicht weitergeht. Die Bundesbank steht letztlich auf der anderen Seite dieser Kredite. Sie muss hier in Deutschland das Geld einsammeln. Die Banken tragen das Geld dahin. Es gibt kein Geld mehr in Deutschland, das durch Kreditoperationen geschöpft wäre. Das ganze Geld, das in Deutschland zirkuliert, kommt letztlich aus Südeuropa und Irland. Wir haben kein Geld mehr, das durch Kreditooperationen geschaffen ist. 80 Prozent der Geldmenge in der Eurozone ist gemacht worden durch Kreditooperationen oder sogenannte Offenmarkt-Operationen in den sechs Krisenländern. Und diese fiskalische Verschiebung der Geldschöpfung vom Norden in den Süden ist eigentlich die Hauptsache. Das macht zusammen mit allen anderen Rettungsaktionen eine Summe von 1,1 Billionen Euro heute, die an Hilfskrediten zur Verfügung gestellt wurden. Und von diesen 1,1 Billionen sind 140 Staatspapierkäufe und es sind um die 700 diese Kreditverschiebungen durch die Zentralbank und der Rest, das sind die offenen Rettungsschirme. Die offenen Rettungsschirme erklären ungefähr ein Drittel der gesamten Kreditsumme. Das ist ein riesiges Demokratieproblem, denn diese Kredite wurden zur Verfügung gestellt von einem technokratischen Gremium, dem EZB-Rat, der nach Meinung vieler sein Mandat überschritten hat, denn der sollte eigentlich nur Geldpolitik machen und nicht fiskalische Rettungskredite gewähren. Genau über diese Frage wird ja das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Die Frage ist jetzt nur, an welchem Punkt befinden wir uns in dieser Schuldenspirale, in dieser Schuldenkrise. Die Bundesbank, die warnte kürzlich vor einer Rückkehr der Schuldenkrise. Ist die denn eigentlich weg? Das hört sich so ein bisschen an, als würde die Schuldenkrise nur unter bestimmten Bedingungen wieder zurückkommen. Die Basis für diese Schuldenkrise ist ja die fehlende Wettbewerbsfähigkeit der südlichen Länder. Der Euro hatte dort billigen Kredit zur Verfügung gestellt in den ersten Jahren. Es gab eine Kreditblase, die Immobilienpreise explodierten, die Löhne explodierten und die Preise der produzierten Güter stiegen, was die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder unterminierte. Das ist das Hauptproblem. Die Länder sind im Grunde durch den Euro in eine Falle geraten, wo anfangs Party war, man den Lebensstandard vergrößert hat und dabei seine Wettbewerbsfähigkeit kaputt gemacht hat. Das ging so lange gut, wie der Kredit aus dem Ausland floss und als er aufhörte zu fließen, gab es ein Problem. Jetzt ist also praktisch der Kater nach der Party da. Und in dieser Katerphase gibt es Ersatzdrogen, wenn Sie so wollen, die von den Rettungsschirmen und aber vor allem von der Europäischen Zentralbank zur Verfügung gestellt wird. Solange diese Ersatzdroge des billigen Geldes von dort zur Verfügung steht, kann man also das Schlimmste noch verhindern. Aber das ist ja immer mehr Geld und das ist Geld, welches eben von anderen Leuten kommt, nämlich den Steuerzahlern des Eurosystems, die hinter der EZB stehen und ja Eigentümer der EZB sind. Das trifft uns alle. Die Niedrigzinspolitik der EZB führt dazu, dass die Lebensversicherungen nicht mehr in der Lage sind, ihre Gewinne zu machen und die Garantieverzinsung zu bringen. Die möglichen Verluste der EZB zwingen dazu, die EZB freizukaufen mit Rettungsschirmen. Das bedeutet, dass die Staaten letztlich des Nordens zu Gläubigern der Staaten des Südens werden. Da hat man riesige Forderungsbestände, die aber vermutlich nie bedient werden. Und diese Sachen fallen uns zurück auf die Füße, wenn die jetzt amtierenden Politiker schon alle nicht mehr im Amt sind. Das ist das Problem, nicht? Im Moment machen wir eine scheinbare Lösung, indem wir immer mehr neues Geld dem Alten hinterherwerfen und die Fiktion aufrechterhalten. Wir könnten unsere Forderungen jemals eintreiben. Da müssen wir nichts abschreiben. Es ist Ruhe. Man denkt, es ist alles okay. Nur wenn wir in 10, 20 Jahren unsere Rente haben wollen, dann wird sich auch herausstellen, dass diese Forderungen nicht bedient werden. Und dann kommt der deutsche Staat in zusätzliche Schwierigkeiten. Er ist ja sowieso in Schwierigkeiten aus demografischen Gründen. Die Deutschen sind die Babyboomer, die die stärkste Altersgruppe ausmachen. Die sind heute knapp unter 50. Und in 15 Jahren sind sie 65. Ja, dann kriegen wir sowieso ein größeres Finanzierungsproblem. Und das Schuldenproblem aus den Rettungsaktionen kommt dazu. Wie gefährlich ist denn die Situation, in der wir uns befinden? Ja, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, was den Schuldenstand anbetrifft. Sie haben eben gesagt, im Grunde genommen kann man so lange so weitermachen, wie man das Vertrauen hat, dass die südlichen Länder in irgendeiner Form sich durchwurscheln. Wenn dieses Vertrauen aber nicht mehr da ist, zum Beispiel auch von den Finanzmärkten, dann würde doch sofort durch diesen Vertrauensverlust auch eine dramatisch neue Situation entstehen. Ja, die Finanzmärkte bauen darauf, dass die noch gesunden Länder Europas die Zeche übernehmen. Und durch die Rettungsaktionen ist ja dieses Vertrauen auch geweckt worden. In dem Moment, wo die Bürger Nordeuropas, auch Deutschlands, die Nase voll haben und das auch bekunden, werden die Finanzmärkte natürlich wieder in Unruhe kommen. Das ist ja nun mal so. Die Natur des Problems ist, dass also Kapitalanleger den südlichen Ländern, Privatleuten, privaten Banken und auch dem Staat Geld geliehen haben. Die Schuldner sind nicht in der Lage, zurückzuzahlen. Jetzt sucht man jemand anders, der anstelle der Schuldner zurückzahlt oder Garantien ausspricht. Und das sind die Steuerzahler der noch gesunden Länder. Die Kapitalmärkte sind so lange ruhig, wie man das Gefühl hat, die machen das weiter. Aber diese Art von Beruhigung ist ja nicht eine wirkliche Beruhigung, weil die Wettbewerbsfähigkeit der südlichen Länder dahin ist und die Länder nicht in der Lage sein werden, ihre Schulden zurückzuzahlen. Um also wirklich eine Verbesserung zu erreichen, müssten diese Länder, die zu teuer geworden sind, abwerten. Entweder aus dem Euro raus und mit einer neuen Währung billiger werden, dass sie wieder Produkte haben, die sie verkaufen können. Oder im Euro müssen sie billiger werden, indem sie ihre Löhne und Preise senken. Das geht aber eigentlich nicht. Das gibt ja ein Hauen und Stechen. Das geht auch deswegen nicht, weil die Bürger und die Firmen sehr stark verschuldet sind. Das heißt, wenn jetzt alle Einkommen und die Preise fallen, der Schuldendienst fällt ja nicht, dann werden sehr viele Haushalte und Firmen in den Konkurs getrieben. Also im Grunde ist das im Euro eine fast unlösbare Situation. Was der Grund dafür ist, dass ich sage, wir müssen die Eurozone verkleinern. Es muss der Weg für einen geordneten Austritt mit mancher Länder getroffen werden oder definiert werden. Gibt es da konkrete Länder, Sie haben immer wieder Griechenland angesprochen, die zu Griechenland noch dazu kämen? Na ja, Griechenland und Portugal sind in einer ähnlichen Situation. Spanien ist auch sehr, sehr schwierig. Ich will nicht sagen, dass Deutschland entscheiden sollte, ob hier jemand drin bleibt oder rausgeht. Das müssen die Länder alle selber entscheiden. Aber sie können nicht davon ausgehen, dass wenn sie drinbleiben, dass sie grenzenlos weiter mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Das ist eben der Punkt. Das Eurosystem ist letztlich ein Club mit Regeln. Und diese Regeln können nicht beinhalten, dass wenn man selbst die Leistungsfähigkeit nicht mehr hat, dass man das Geld sich grenzenlos leihen kann von den anderen, ohne wirklich so stark zu werden, dass man das zurückzahlen kann. Aber die einzige wirklich starke Volkswirtschaft ist doch eigentlich im Augenblick nur die deutsche Volkswirtschaft. Wenn wir nach Frankreich gucken, nicht nur die Zahl der Arbeitslosen ist enorm, die Konjunktur läuft nicht gut, die Perspektiven sind schlecht, auch wenn die jetzige Regierung das Gegenteil behauptet. Die Zahlen kommen ja immer wieder zurück. Italien ist fast undurchschaubar von den politischen Verhältnissen. Da kann von heute auf morgen sehr viel passieren. Dann kommen die gesamten südlichen Länder mit ihren Volkswirtschaften. Also wo ist denn der Konjunkturaufschwung? Wo ist denn das Wachstum, das es ermöglicht, weiterhin diese Finanzierung durchführen zu können? Ja, das ist eben nicht. Frankreich ist auch in enormen Schwierigkeiten. Das macht mir eigentlich fast am meisten Sorgen. Frankreich müsste nach einer Berechnung der Volkswirtschaft von Goldman Sachs um 20 Prozent die Preise senken, bis es wieder wettbewerbsfähig ist. Wie soll das passieren? Gut, ein Weg ist, dass wir also das über die Zeit strecken und Deutschland den Gefallen tut, zu inflationieren. Dadurch verliert Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit und die anderen gewinnen an Wettbewerbsfähigkeit. Also wenn die Franzosen aufhören, ihre Preise zu erhöhen, während Deutschland inflationiert, dann wird sich die Sache in einem Jahrzehnt vielleicht bereinigt haben. Das Gleiche gilt auch für Italien. Aber für Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern ist das irgendwie doch noch eine ganz andere Gefährdungslage. Ich weiß nicht, ob diese Länder in der Lage sein werden, sich zu halten. Und wovor ich Angst habe, ist, dass man jetzt einfach diese Sozialisierung der Schulden und die öffentlichen Rettungsschirme so weiter treibt, bis nichts mehr zu holen ist. Und dass dann doch der Euro zerbricht mit einem großen Knall und einzelne Länder austreten, mindestens einzelne austreten oder alles zerbricht. Und ich glaube, es wäre besser, man würde im Vorhinein den Weg für einen geordneten Austritt eröffnen mit entsprechenden Gemeinschaftshilfen für die Banken dieser austretenden Länder und auch einer Rückkehroption. Denn wenn die ausgetreten sind, werten ihre Währungen ab, sodass die Einheimischen wieder eigene Produkte kaufen statt Importprodukte. Die Griechen wieder eigene Tomaten statt holländische Tomaten zum Beispiel. Dann kommt die Wirtschaft dort auf Schwung. Ferner könnte man sagen, es können Reformen gemacht werden, sollen Reformen gemacht werden. Wenn diese Reformen gemacht sind und man sich wieder gefangen hat mit den neuen Preisen, dann darf man wieder rein. Also nach zehn Jahren kommt man wieder zurück in den Euro. Diese Option besteht. Und das ist, glaube ich, der bessere Weg. Dieses krampfhafte Festhalten an diesem Euro-Verbund bedeutet nach meinem Begriff, dass wir eine Riesengefahr hier aufbauen, dass das Ganze zum Schluss platzen wird. Und zwar nachdem wir all unser Geld zur Verfügung gestellt haben. Das Primat der Politik, haben Sie vor einem Jahr gesagt, ist dramatisch gefährlich, weil dieses den volkswirtschaftlichen Grundsätzen und Gesetzmäßigkeiten widerspricht. Das heißt, wir haben eine Zwangslage, auch in dem Erhalten von Volkswirtschaften in der Eurozone, die einfach nur die Forderung der Politik begründet, aber nicht volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Wir haben eine neue Bundesregierung jetzt, möglichst bald. Und diese neue Bundesregierung muss ja nach der Wahl jetzt auch entscheiden, wie Deutschland weiter vorwärts geht. Was für Entscheidungen für Deutschland gefällt werden. Und kann man einer neuen Bundesregierung, wie immer sie aussieht, einen Rat geben? Ja, also es muss bei dem Thema Euro unbedingt jetzt mal eine grundlegende Neuorientierung hier stattfinden. Die eine Möglichkeit ist, wir gehen in eine Transferunion. Das wollen die Franzosen. Die wollen eine gemeinsame Schuldenaufnahme mit Euro-Bonds. Die wollen eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung. Sie wollen letztlich die Lasten, die sie nun haben, vergemeinschaften. Und die andere Möglichkeit wäre, dass man Austrittsoptionen schafft, sodass ein Land wie Zypern oder Griechenland tatsächlich geordnet austreten kann, um dadurch die eigene Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Ich halte diesen zweiten Weg für unerlässlich, weil der erste Weg wird nicht zu einem friedvollen Europa führen. Nun, die Vergemeinschaftung der Schulden wird zum Schluss also nichts als Streit und Zwietracht hervorbringen. Ich verweise auf die ersten Jahrzehnte der Vereinigten Staaten von Amerika. Dort hatte ja Alexander Hamilton, der erste Finanzminister 1791, die Schulden der Einzelstaaten vergemeinschaftet, indem er sie zu Bundesschulden machte. Und es gab noch eine zweite Vergemeinschaftung, 1813 im Krieg gegen die Engländer. Und da hatte man das Gefühl, ja, ist ja prima, man kann ruhig Schulden machen. Das wird alles sozialisiert auf die Gemeinschaftsebene gehoben. Und so haben die Staaten sich verschuldet und verschuldet bis zum Gehtnichtmehr. Anfangs war das prima. Es wurden Kanäle gebaut, Infrastruktur entwickelt. Aber keiner konnte die Schulden zum Schluss zurückzahlen. Dann 1837 begann eine große Krise, die bis 1842 neun amerikanische Staaten, einen erheblichen Teil der Staaten, die es gab, in den Konkurs trieb. Und da war eben Ende mit der Schuldensozialisierung, weil die anderen Staaten auch nicht in der Lage waren, die Schulden der Pleitestaaten mit zu übernehmen. Und dieser Streit, dieses ungelöste Schuldenproblem, trugen die Amerikaner von da an vor sich her, und das alles hat beigetragen, jedenfalls wenn man dem amerikanischen Historiker Herod James aus Princeton glauben darf, zu den Spannungen, die dann sich 1861 im Sezessionskrieg entluden. Natürlich, die Sklavengeschichte war die Hauptsache, aber das ungelöste Schuldenproblem trat eben hinzu zu diesen Spannungen. Und Amerika hat hier eigentlich gezeigt, dass man es so nicht machen darf. Stichwort USA, dort kauft die Zentralbank Staatsanleihen auf, im Wert von 83 Milliarden pro Monat. Die Zinsen werden künstlich niedrig gehalten, aber es entsteht im Augenblick auch offenbar ein gewisses Wachstum wieder, bis zu zweieinhalb Prozent. Ist das dann doch der richtige Weg? Denn andererseits sagt man, die Verschuldung ist grenzenlos in den USA. Naja, in den USA haben wir eine etwas andere Situation, weil die USA nach außen hin flexible Wechselkurse hat. Also was dort gemacht wird, ist nicht übertragbar in die Situation der südeuropäischen Länder, weil nachfrage-stimulierende Maßnahmen dort würden ja nur bedeuten, dass die nötige Änderung der relativen Preise, die reale Abwertung, wie wir Ökonomen sagen, in Südeuropa nicht zustande käme. Das ist eine total andere Situation. In Amerika kann man Verständnis haben, obwohl mittlerweile das Ausmaß, in dem die Zentralbank hier die Geldmenge erhöht hat, schon auch bedenklich ist und potenziell Inflationsgefahren bedeutet. Für Europa würde ich das nicht sehen. Denn das Besondere in Europa ist ja nicht, dass die Geldmenge ausgeweitet wurde wie in Amerika, sondern verlagert wurde vom Norden in den Süden. Im Süden wurde gedruckt, was man brauchte, um sich die Güter im Norden zu kaufen und seine Schulden im Norden zu tilgen. Und das Geld floss dann in den Norden und im Norden wurde es im Grunde wieder geschreddert. Das heißt, die Banken tragen das Geld zur Bundesbank und werden Gläubiger der Bundesbank. Die Bundesbank wird zum Schuldner des Bankensystems. Das ist eine ganz andere Situation. Also im Norden wird das Geld reduziert, im Süden wird es ausgeweitet und es ist ein Kreditfluss durch das Zentralbankensystem, welcher den privaten Kreditfluss ersetzt und die Staaten des Nordens über die Bundesbank hier zu riesigen Gläubigern des Südens macht. Mit der Folge übrigens, dass wenn der Euro zerbricht, dass man da Forderungen hat, die man nie mehr wird eintreiben können. Denn es gibt keine Nachschusspflicht in dem EZW-System, das ist alles nicht geregelt. Ein englischer Journalist hat kürzlich geschrieben, Deutschland sei quasi an der Angel. Man kommt da auch gar nicht mehr raus. Deswegen müssen wir auch den Euro aufrechterhalten, weil wenn er zerbricht, haben wir riesige Verluste. Und weil das jeder weiß, heißt das wiederum, man kann aus Deutschland auch riesige Rettungsvolumina herausholen. Ich will nicht sagen erpressen, aber man kann also glaubhaft die Forderung stellen, weil wenn Deutschland darauf nicht eingeht und der Euro zerbricht, dann haben wir auch unsere Verluste. Die Verluste sind also im Grunde schon fast unabweislich, was auch immer passiert. Und die Politik neigt aus diesem Grunde dazu, das Problem einfach in die Zukunft zu schieben. Dadurch werden die Verluste allerdings nicht kleiner, sondern größer, treten nur heute noch nicht auf. Aber das, was jetzt im Einschnitt nach einer Wahl passiert, ist doch, dass man sich jetzt neu orientieren muss, dass man Prioritäten festlegen muss, dass man auch unter den volkswirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, die Sie beschrieben haben, unter anderem auch sehr ausführlich in Ihrem Buch die Target-Falle, jetzt sich den Realitäten stellen muss. Haben Sie den Eindruck, dass nach, sagen wir mal, den letzten Monaten ein gewisser Optimismus da ist, dass sich die Politik tatsächlich diesen Gesetzmäßigkeiten stellt und dass es eine grundlegende Überlegung geben wird, auch in der deutschen Politik, wie gehen wir mit diesem Problem um? Nein, überhaupt nicht. Das zeigt ja schon der Wahlkampf. Der Wahlkampf hat die Hauptproblematik, die wir haben, das Thema Euro, ja ausgeklammert. Das wurde ja totgeschwiegen von den etablierten Parteien. Nur eine neue Partei am Rande hat das aufgegriffen, was ich für unerträglich finde. Man hat also über irgendwelche Nebensächlichkeiten diesen Wahlkampf geführt und Äußerlichkeiten über Personen, dabei die großen Fragen, wie es in Europa weitergehen soll, wie man das Eurosystem konstruiert, außer Acht gelassen. Und wer das dann vorgebracht hat, dieser Professor Lucke aus Hamburg, der wurde dann also persönlich niedergemacht, statt dass man sich mit seinen Argumenten auseinandergesetzt hat. Ich gehöre dieser Partei nicht an, aber die Art und Weise, wie Deutschland die Diskussion hier geführt hat, ist ja geradezu erwärmlich. Dann wurde er irgendwie noch in die rechte Ecke gesteckt, statt dass man sich mit seinen Argumenten, die er ja hatte, auseinandersetzte. Wenn es einen Prioritätenkatalog gäbe für eine neue Bundesregierung, für einen neuen Finanzminister, was steht denn da bei Punkt 1, 2 und 3? Ja, also Punkt 1 ist, wir brauchen nach meinem Dafürhalten eine Neuverhandlung des Maastrichter-Vertrages, um dieses neue Europa zu regeln. Dazu gehört, wenn man eine Stärkung der politischen Union will, die entsprechenden Regeln. Dazu gehört auch gemeinsame Fiskalpolitik, wenn man sie denn machen will. Aber das muss immer auch mit einer Stärkung der politischen Seite verbunden sein. Und vor allem muss das Eurosystem neu konstruiert werden. Es geht nicht an, dass 80 Prozent der Geldmenge des Eurosystems in den sechs Krisenländern geschaffen werden. Also man druckt sich das Geld und kauft sich im Norden, was einem gerade so gefällt. Gehen Sie mal nach Berlin, wer kauft die ganzen Häuser dort und die Immobilien? Da sind erstaunlich viele Spanier und Griechen dabei. Woher haben die das Geld? Das drucken sie sich halt. Das ist alles ein Unding. Und man zahlt die privaten Schulden zurück, weil die EZB mit der Druckerpresse praktisch eine Niedrigzinskonkurrenz macht. Keine private Bank im Norden ist bereit, im Süden unter den Bedingungen Geld zu verleihen, zu denen Herr Draghi das macht. Das alles ist auch eine Aushöhlung der Marktwirtschaft. Wir kommen in ein anderes Regime hinein, wo letztlich ein technokratisches Gremium, der EZB-Rat, bestimmt, wo welches Kapital in Europa investiert wird. Das alles ist nicht mehr wirkliche Marktwirtschaft und führt zu einer Fehllenkung des Sparkapitals in Europa zu deutschen Lasten und zu Lasten der gesamten Europäischen Union, weil die Fehllenkung, die vorher stattfand, jetzt durch die EZB quasi noch perpetuiert wird. Also da muss man unbedingt ran. Wir brauchen ein System zur Tilgung dieser Target-Salden, wie es in Amerika gilt. Da muss einmal im April getilgt werden. Es muss ja nicht unbedingt mit Gold sein, wie im Bretton Woods-System solche Salden getilgt wurden. Der Goldschatz der Bundesrepublik resultiert aus ähnlichen Dingen. Aber wenn wir hier knapp 700 Milliarden Forderungen gegen das EZB-System haben, die wir nie fälligstellen können, dann ist das ein Unding. Das kann so nicht bleiben. Das Geld wächst doch nicht auf den Bäumen. Wir schicken unsere Autos dahin und kriegen also bloße Buchforderungen der Bundesbank gegen ein System, das es vielleicht irgendwann nicht mehr geben wird. Also da muss die Politik unbedingt als allererstes dran. Ich glaube, dass wir den Weg nach Europa gehen sollten. Ich glaube schon, dass es keine Alternative zur europäischen Einigung gibt. Ich glaube aber, dass wir den europäischen Staat, der perspektivisch vielleicht zu gründen sein wird, auch nicht vom Schwanz her aufzäumen können. Wir können ja nicht mit den ganzen Umverteilungsmaßnahmen hier anfangen, sondern wir brauchen erstmal eine Machtzentrale, die einen Staat definiert. Und wir brauchen eine gemeinsame Außenpolitik und eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Ich finde es ein Unding, dass wir all die unterschiedlichen Armeen in Europa haben, nicht bereit sind, sie zusammenzulegen zu einer gemeinsamen Armee und gleichzeitig alle möglichen fiskalischen Rettungsaktionen machen. Das passt für mich hinten und vorne nicht zusammen. Konkret, die Franzosen sitzen auf ihrer Forst de Frappe und schützen sich damit für irgendwelche Eventualitäten. Keiner kann Frankreich jemals angreifen, weil sie ihren Atomschutzschild haben. Und dieser Schutzschild steht aber doch den anderen Ländern der Eurozone gar nicht zur Verfügung. Er liegt allein in französischer Kontrolle. Wo ist denn da bitte das gemeinsame Europa? Das Szenario, was Sie jetzt beschrieben haben, das ist ein Szenario, was für die Zukunft ganz gefährliche, dramatische Folgen haben könnte. Am Ende wird eben nicht alles gut. Sie weisen ja auch darauf hin, dass die nächste Generation unter Umständen, wenn man all diese Krisen verlängert, das große Desaster erleben wird. Ja, die nächste Generation wird das Problem haben, dass sie die Babyboomer ernähren muss, die jetzt um die 50 sind und dass ihr die Lasten aus diesen Rettungsaktionen auf die Füße fallen. Denn die Rettungskredite, davon muss man ausgehen, werden einfach nicht zurückgezahlt. Ob es wirkliche Schuldenschnitte geben wird, weiß man nicht. Aber vermutlich werden diese Kredite immer weiter verlängert. Die Zinsen werden gegen Null gedrückt. Und dann kann man die Fiktion aufrechterhalten, dass man noch die Vermögenstitel hat. Aber was ist ein Vermögenstitel wert, der eine Rückzahlung im Unendlichen vorsieht und zwischendrin keine Zinsen. Den Weg sind wir bei Griechenland schon gegangen. Vor einem Jahr haben die Staaten Griechenland die Zinsen gesenkt, für zehn Jahre sogar ausgesetzt und so weiter. Das alles bedeutet, dass sie keine Abschreibungen vornehmen mussten. Es war alles nicht defizitrelevant, taucht nicht in den Büchern auf. In Wahrheit hat man Griechenland mit 47 Milliarden Euro geholfen, barwertmäßig gerechnet. Und so wird das also weitergehen. Und das bedeutet, dass wir unser Volksvermögen auf diese Weise hier unterbuttern, wo wir es doch eigentlich dringend brauchen würden, um die Rentenlasten zu schultern. Eine große Aufgabe für die Politik, bei der man nicht sehr optimistisch sein muss, dass das auch funktionieren wird. Danke für das Gespräch, Professor. Gerne. Gerne.